Kreuzen, ganzer, direkt der dritte Faustschluss, also der in Kombination mit dem, der in Kombination mit dem, der dritte in Kombination mit dem, der dritte in Kombination mit dem Hohen, und jetzt wieder, sie schlägt zur Seite, deswegen beuge ich, dann kommt der nächste Faustschluss, also von hier, beugen, unten durch, direkter Faustschluss, okay, dass wir den wirklich im Verbund sehen, dann dabei, alles klar, übt jetzt noch einmal kurz, dann gehen wir direkt und dann rüber rein. Okay, gut, ich mach das, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Okay, ich mach das.